Ich hasse diese Klasse! Schüler! Englisch, Französisch, Mathe! Das sind Fremdsprachen in der Schule! Ein Mathe ist doch keine Fremdsprache! Aber nicht nur Fächer sind Fremdsprachen! Sondern auch Schüler! Juni, was laberst du? Sie zum Beispiel! Ich verstehe ja meine Mitschüler einfach nicht! Und jetzt lehnt euch zurück und gönnt euch! Die normale Klasse! Jeden Morgen um 7 klingelt der Bäcker und ich weiß... Boah, meine Klasse ist der größte Scheiß! Es ist 8 Uhr morgens! Ich hatte minus 3 Stunden Schlaf! Und Bro, selbst mein Mundgeruch hatte Mundgeruch! Und wen sehe ich als erstes? Johnny in the House! Den übermotiviertesten Johnny! Hörst du die Bässe? Johnny, halt einfach deine Fresse! Aber woher die Energie? Hey, girl! Emily, verpiste! Ich bin Ali aus Bali! Boah, der Heftigste! Ich möchte gerne Rapper werden! Also wurde er möchte gern Rapper! Du bist so hässlich! Baah, 3, 2, 1... Ali, du hast voll die freshe Jacke! Danke, Moruck! Und aus deinem Mund stinkst du nach Kacke! Was redet sich auf Paratropus robustus? Genau! Oh, Justus! Moin, meine Muttersprache ist Mathe! Junge, er unterrichtet den Lehrer! Was ist los? Ich hab die Arbeit verkackt! Hey, welche Note? Zwei plus! Aber das sind irgendwie diese Typen, die alles können! Aber dafür kein Wort Englisch! I love to play football with my father! Wer aber dafür richtig gut Englisch kann, ist... What's up, girl? Emily hält zu beteilig mal deine Fresse! Hi, I'm Emily! And I would love to see America! Junge! Aber wisst ihr, wen ich wirklich am meisten liebe? Leon! Der ist doch nie da! Also kann er mich doch gar nicht stören! Und da gibt's doch diesen einen Typen! Er ist zwar da, aber auch irgendwie nicht da! Ich weiß nicht mal, wie der heißt! Und etwas gefährlich sieht der auch aus! Das war bombastisch! Und wisst ihr, was noch bombastisch ist? Auf jeden Fall nicht dieses ekelige Pärchen in der Klasse! Ich liebe dich, Bubu-Beeren, Schatzi-Mausi! Ich dich auch, schnickepups! Jeder hat diesen einen besten Freund aus der Klasse! Doch wenn er nicht da ist... Oh Junge, wo ist der? Moruck, dann kommt der trotzdem! Junge, ich bin krank! Ist mir doch egal! Und es gibt immer diesen einen Typen, der 15 mal sitzen geblieben ist! Moin, ich bin Uwe, ich bin auch dabei! Junge, du bist dreimal so alt wie ich! Was machst du? Ey, sag nichts gegen meinen Vater! Du bist dein Sohn? Ey, sag nichts gegen meinen Vater! Warte, dein Sohn und dein Enkel sind mit dir in einer Klasse? Herr Enkel! médico-B��! Los! Los!